Willkommen bei mein Team. Hier kannst du die Menüs Events, Garage und Mitarbeiter verwalten. Das ist der Hauptbereich in Dirt Rally 2.0. In Freeplay findest du die historische Meisterschaft, die FIA World Rally Championship, Zeitrennen sowie personalisierte Spielmodi. Im Store kannst du zusätzliche Inhalte für Dirt Rally 2.0 kaufen. In der Garage kannst du deine Fahrzeuge ansehen, eine Testfahrt machen oder Autos kaufen und verkaufen. Inhalte für Dirt Rally 2.0. Im Mitarbeiter-Menü kannst du Mitarbeiter einstellen oder trainieren. Hier findest du zahlreiche Events, an denen du teilnehmen kannst. Außerdem kannst du hier Belohnungen für die verschiedenen Herausforderungen gewinnen. Du kannst hier in deiner Lieblingsdisziplin fahren oder, wenn du mutig bist, etwas ganz Neues ausprobieren. .. sao ich hingehen? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.